Der ganz normale Wahnsinn, im Fachjargon nennt man das Krieg, aber es läuft alles super. Wir haben hier ungefähr zwei Tonnen an Lebensmittel verarbeitet. Wir haben ungefähr 90 Servicemitarbeiter, 25 Köche. Wir kochen hier mit dem Besten, was es überhaupt gibt. Wir haben einen bayerischen Themenabend und das ist einfach der Wahnsinn. Adrenalin pur, die Köche arbeiten seit vier Tagen, würde ich mal sagen, durch. Das ist der Lohn der Arbeit. Die knusprige Ente, Knödel, ein Pfefferbraten, leckere Soße, karamellisierter Kaiserschmarrn mit Contro und und und. Ich bin am Ende, der Wahnsinn. Die Kinder, die Kinder, die Kinder und die Kinder, die Kinder schwarzen. Ich bin ein Pfefferbraten.